Hallo, wir versteigern hier einen alten Gottliebflipper, Rolf Lech, der ist funktionsfähig, hat aber seine Macken typisch, einen relativ guten Zustand und der wird versteigert. Man sollte sich ein bisschen mit Flippern auskennen, der ist jetzt kein Müll, muss aber was dran gemacht werden. Ansonsten spiele ich gleich mal und zeige die Funktionen. Ich hatte auf 4 gedrückt und wirklich die Anzeige. Das ist ja auch mal das alte Schätzchen-Spiel. So verdienen die noch mal. Das waren mal 10 Punkte. Wie gesagt, der funktioniert, wird trotzdem als defektes Bastelgerät verkauft, ohne Garantie, ohne alles. Der Lust hat sich, alte Schätzchen fertig zu machen. Hier ist er. Ja klar, das gibt es nicht mehr. Da müssen wir doch mal ein bisschen spielen. Drei empieza sich. Drei. Da ist er ganz klar. Dahin. Ich möchte jetzt packen danger. Drei. G такого ist es nicht mehr. H frustrating. Die Post. Jede救 bist du bist du in deinem Bild um es nicht ein Det ganz gut balloons surfingst du an ihn überrasst auf. ist nur deswegen- es ist der incentivität. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020